Ich habe gerade in der Wäsche diesen sexy Tangler gefunden. Ich werde dir das Ding mit den Zähnen ausziehen und dann in deiner Muschi versinken. Honey. Mitch. Der gehört deiner Tochter. Fuck. Abschlussball! Abschlussball! Ich bin bereit. Du bist wunderschön. Sie war mal so klein, dass sie in meine Hand passte. Kayla wird erwachsen. Komm damit klar. Oh, scheiße. Habe ich schon gesucht? Dad, was machst du hier? Glaubst du, ich verpasste den wichtigsten Tag in deinem ganzen Leben? Ist das nicht die Zeugnisvergabe? Nein, die hieß ja auch was für Loser. Wir sind erwachsen, können tun und lassen, was wir wollen. Ich will zum Abschlussball und meine verdammte Jungfräulichkeit verlieren. Abschlussball, voll perfekt. Ich bin dabei. Julies Laptop ist noch an. Bespitzelt ihr eure Kinder? Das ist eine Emoji-Geheimsprache. Oh, Auberginen stehen für Schwänze. Das ist irgendeine schwanzbezogene Vereinbarung. Vielleicht heißt das, hey, geht klar für mich kein Ding, voll okay. Stimmt, möglicherweise. Was? Unsere Mädchen lassen sich da in was reinziehen. Ich werde sie aufhalten. Bin dabei. Ich habe ganz sicher vor, heute Nacht Sex zu haben. Wenn es sich ergibt, klar. Es ergibt sich 100 pro. Mal sehen, wo der Wind uns so hintreibt. Er treibt deinen Penis direkt in meinen Hafen. Lass dich nicht abhängen. WWVDT. Was würde Wind Diesel tun? Hey, Fast and Furious ist echt total unrealistisch. Schon klar, dass das keine Dokus sind, aber... Ich tue alles für meine Tochter. Wie wäre es mit einem Sauf-Contest? Ich bin dabei. Wir saufen doch nur Hose hoch. Wir machen Arschsaufen. So, ich ziehe bis drei. Wir hätten hier Lager oder IPA. War eigentlich egal. Oh mein Gott. Krass, der Kerl besorgt sich von beiden Seiten. Die Bullen, haut ab! Bullen! Arschbier! Bist du ein Teamplayer oder nicht? Wer hat hier bitte gerade einen Schlauch im Arsch? Ich bin Teamplayer. Ich bin Teamplayer. Ich bin Teamplayer. Ich bin Teamplayer. Bis zum nächsten Mal.